Babys am Anfang der Zeit, wenn sie weinen oder schreien aus irgendeinem Schmerz heraus, das ist ein Feeling, was du in dir hast, das ist unfassbar krass. Also da kommt man wirklich an die Grenzen seiner, ich weiß nicht, Grenzen der Verzweiflung, Wut, Aggression, da spürt man wirklich alles, das ist unfassbar krass. Ja, weil man da nichts machen kann. Also dann sind einfach Bauchschmerzen da, dann kann man so ein paar Positionen ausprobieren, Pups-Position, dass man da ein bisschen den Druck rausholt, aber oft bringt es auch einfach nichts und dann muss man das so zusammen durchstehen. Ja.